. 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 Jetzt kannst du dich fragen, oder? Jetzt kannst du dich schöpfen und du fragst dich und sagst mir, was es gibt. Die Dinge sind nicht gültig. Hä? Gehst du mal hin und fragst? Oder wenn du den Leuten auslösst? Normalerweise weiss nicht, wie du es gehst. Dann hast du dich eingebracht und dann kann jemand mitkommen. Bist du gratis? Dann musst du Fragen halten. Ist es gut? Okay, tschüss. Was? Vorläufig habe ich keine Zeit, ich habe nicht frei. Aber das ist dabei, dass du den ersten Monat jetzt sowieso nicht. Wenn ich mir schaue, dann schreibe ich mir den nächsten Bescheid. Das ist gut, ja. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Ich bin ein Fisch. Du hast du den Menschen. Ich bin ein Fisch. Du bist gut. Das ist gut. Das ist gut. Wir brauchen die Menschen. Jetzt sind die Menschen. Ich gehe dir. Du bist gut. Also kannst du das machen. Das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank.